Herzlich willkommen meine lieben Freunde zum neuen Training Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier wie ihr schneller einfach Coins machen könnt Freunde. Natürlich wie ihr investieren könnt. Gestern haben wir schon ein Investing Video hochgeladen für High Budget, heute eher etwas für Low Budget. Wenn es euch natürlich gefällt Freunde sehr, sehr gerne ein Däumchen hoch geben. Wenn ihr hier neu seid, auch so viele Coins machen wollt wie ich Freunde, lasst sehr sehr gerne ein Abo da. Ihr seht hier mittlerweile die 80 Millionen Coins Marke endlich geknackt. Und ja dann würde ich sagen starten wir direkt rein Freunde. Los geht's. Und da fangen wir wie immer mit dem 19 Uhr Content an Freunde. Wenn ich kein 19 Uhr Video gebracht habe, gehe ich immer auf die Karten drauf ein. Natürlich im nächsten Video. Wie ich die Karten finde und da der eine oder andere sich immer fragt. Wie findest du die Karte? Gehen wir natürlich auf die 2 SBCs ein, die gekommen sind. Da haben wir einmal den Ander Herrera von PSG. Und man muss sagen, der ist in Ordnung. Der ist jetzt meiner Meinung nach aber nichts Besonderes. In 2 Wochen startet das Team of the Season. Der kostet 130.000, Preis ist in Ordnung. Karte ist auch solide, aber nicht besonders krass. Sprintgeschwindigkeit 78.000, das ist zur jetzigen Zeit natürlich nicht mehr schnell genug, meines Erachtens. Trotzdem ist die Karte nicht schlecht. Wer der drauf Bock hat, kann sich die auf jeden Fall gönnen. Preis ist fair, unter 150.000 wirst du da nicht viel verkehrt machen für diese Karte. Und wir haben eine neue Icon SBCs gekommen. Petit für um die 400.000, wo ich auch sage, ist okay. Aber ist jetzt auch nicht der Metaspieler. Mit hoch, hoch und 3,3 ist ja jetzt auch nicht der beste Spieler. Wer natürlich Bock auf den hat, kann man sich gönnen. Ist jetzt so ein Fun-Spieler. Muss man nicht unbedingt sich gönnen. Aber wer auf ihn Bock hat, 400.000 ist ein fairer Preis. Werte sehen auch solide aus. Aber klar, ein Lahm oder so 1.000 mal besser. Wahrscheinlich sogar hier ein Nkunku besser, muss man wirklich sagen. Die sind halt nicht mehr die schnellsten, diese Moments-Karten mittlerweile. Was zur jetzigen Zeit schon schade ist, da die leider nicht mehr die schnellsten Karten sind. Zuerst für euch natürlich ein Investing-Tipp. Für die Leute, die jetzt nicht so viel Budget am Start haben. Gestern sind wir ja jeden Informant-Simmer durchgegangen. Falls ihr das verpasst habt, High-Budget-Invest machen wollt. Schaut das Video von gestern an, Freunde. Jetzt kommt erstmal so ein Investing-Tipp für die Leute, die weniger Münzen haben. Ich sage mal unter einer Million. Da geht ihr in Bayern und Dortmund-Spieler. Bayern spielt nächste Woche gegen Dortmund. Ich bin mir sicher, dass das Top-Hart-Team kommen wird. Die Dortmund-Spieler kriegst du auch noch alle für 6,50. Also hier einen Mahlen, einen Bellingham. Die kriegst du alle noch für 6,50. Bei Bayern sieht das nicht so gut aus. Also bei Bayern sieht das nicht so gut aus. Hier Schulz, ihr seht das hier. Die werden nicht mal gekauft für 7,00. Also wer hier wenig Budget hat, kann hier auf jeden Fall reingehen. Ja, okay, die Non-West kriegt ihr nicht. Also hier Schulz, Mahlen, Bellingham. Bürki gibt es hier noch. Die könnt ihr auf jeden Fall für 6,50 holen. Schulz finde ich mit am interessantesten. Verteidiger. Akanji müsste es noch geben. Ob man Akanji bekommt, weiß ich nicht. Aber ihr habt hier vier Karten zur Auswahl, die ihr schon mal erbieten könnt. Natürlich kann man auch gucken. Okay, was gibt es bis 600 oder so. Und ihr seht, sogar die Non-West könnt ihr wahrscheinlich bis 500 snipen. Ja, 500 würde ich die snipen. Vielleicht kriegt ihr auch Bronz oder Silberspieler. Könnt ihr auch hier ein paar snipen. Wir gucken mal, was die Bayern-Spieler kosten. Aber ich glaube, die sind zu teuer. Aber, okay, sie sind auch wieder recht günstig, muss man sagen. Hier muss man halt sagen, gibt es nicht viele seltene, die auf Abstoß sind. Gucken wir mal kurz. Hier vielleicht auch ein paar mitnehmen für 5,600. Ja, hier, den kann man sogar eigentlich mitnehmen. Versucht den vielleicht für 350 zu bekommen, den Stunisic. Also da kann man wirklich all-in gehen. Ja, bei den Bayern-Spielern sieht es wahrscheinlich schwer aus, da was zu bekommen. Ja, da kriegt ihr nur Non-West und da müsst ihr wahrscheinlich 600 zahlen. Also wie gesagt, da würde ich mitnehmen. Denn Bellingham, Marlen, Birke und Schulz, also die 4, 650 bieten. Es sollten sowieso Upgrades kommen, weshalb die sowieso schon auf 800 steigen sollten. Und dann noch mit Mittwoch den Hype. Sollte die 1K für die bekommen. Wann sollte die verkaufen? Wer den sicheren Gewinn mitnehmen will, verkauft diese Karten natürlich Mittwochabend, Mittwochmittag. Wer natürlich sagt, er will zocken, der hält bis Donnerstag 19 Uhr. Sollte es aber die Anforderungen schlecht sein oder, ja, die bringen das einfach nicht als Top-Party, dann werden diese Spieler natürlich wieder sinken. Deswegen immer den sicheren Gewinn lieber mitnehmen, würde ich euch empfehlen. Und ja, geht da in diese 4 Dortmund-Spieler all-in. Da werdet ihr nichts verkehrt machen, Freunde. Gerade wo ihr euch auch ein paar mitnehmen könnt auf die Lisse ist der gute Haaland. Er könnte ein Inform bekommen, 2 Tore in der Vorlage. Sollte eigentlich reichen, ist mit einer der billigsten 88er. Guckt vielleicht, dass ihr mit Hunter bekommt. Hier, 26k, das ist wirklich geschenkt, ne. Hier mit Hunter, bieten wir einfach mal mit. Nehmt ihr euch mit, bietet ihr schon 3, 4k ÜV an. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall ein paar mitnehmen. 4, 5 Stück auf die Liste. Ich will jetzt nicht mehr wie 20 Stück kaufen. Wer Bock hat, 20 Haalands, sollten klar gehen. Nächste Karte, die ich auch interessant finde, die halt eher für die Leute ist, die sehr viel Budget haben. Ronaldo, werde ich mir, glaube ich, auch ein paar mit snacken. Der kostet um die 70k. Ist ja wieder ein bisschen hoch, 71. Also ihr seht hier 70,5. Zahlt bitte nur 70k. Also versucht ihn zu snipen, Ronaldo, 70k. Der sollte auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ein Inform bekommen. Und dann, ja, geht der Out of Packs, sollte man mindestens auf 80k gehen. Dann macht ihr nichts verkehrt. Auch den und auch Haaland, sollt ihr bis natürlich spätestens, am besten Mittwochmittag, also Mittwochabend, kommt ja das neue TOTW. Falls ihr ihr ihn nicht gönnt, dem Ronaldo, Mittwochmittag spätestens bis, ich sage mal 13, 14 Uhr auscashen. Wer sagt, okay, ich habe da keine Zeit, cashet einfach Dienstagabend aus. Ganz einfach, könnt ihr auch schon mit Gewinn rausgehen. Da sollte der Ronaldo schon bei 77, 78k sein. Ja, wie gesagt, hier 70k könnt ihr hier mitnehmen. Snipet hier, wir können natürlich auch immer mitnehmen, könnt nur welche mit Hunter snipen. Oder welche unter 70k könnt ihr auf jeden Fall machen für die Leute, die mehr Budget haben, Freunde. Jetzt gehen wir auch auf Footbin rüber, zeige ich euch noch, welche Karten ihr noch mitnehmen könnt für die UV-Liste. Ja, Freunde, wir haben gestern hier neue Champions League und Europa League Karten bekommen. Und ihr seht das hier, der Tavania, 87er Karte bekommen, 20k, also den könnt ihr euch auf jeden Fall einpacken auf die UV-Liste. Nehmt den mit ein paar Mal für 20k, bietet den für 24, 25k an, weil er ist auch schwer zu filtern. Wir schauen uns natürlich jetzt das Rating an, was können wir mitnehmen für die Liste, was ist interessant, wo würde ich euch empfehlen, was mitzunehmen. Ab 86er würde ich mitnehmen. Man kann auch theoretisch so ein Gerard Moreno ein paar Mal mitnehmen, der hat eine Tor- und Vorlage gemacht. Könnte sein auch, dass er ein Inform bekommt. Coman geht immer für 15,5 weg, Cancelo geht für 2k mehr weg, also das sind Karten, die könnt ihr immer mitnehmen. Und auch hier, wenn ihr hier die Special-Karten seht, hier ein Kostic könnt ihr mitnehmen. Tavania, ihr seht, Tavania ist mit einer der billigsten Karten von seinem Rating, also hier kann man sich sogar 10, 20 Stück für die Liste mitnehmen. Wer der Bock hat, nehmt euch 10, 20 Tavanias mit, Vidal mitnehmen, Goretzka mitnehmen, Marquinhos mitnehmen und hier die ganzen Special-Karten eh immer einpacken. Trimmel finde ich sehr, sehr interessant für 27k, könnt ihr auch für jeden Fall ein paar mitnehmen. Handanovic, sehr, sehr geschenkter Preis, unter 30k kann man den immer einkaufen, genauso wie Gomez und Noma Gomez. Ja, Boyata mitnehmen, also hier alles mitnehmen, was ihr hier seht an Special-Karten, da macht ihr nichts verkehrt. Und ihr seht das hier, die 89, ich sage das ja immer, wenn die unter 40k sind, einkaufen und die sind bei 35k, einkaufen und für 39, 40k anbieten. Für die Leute, die mehr Münzen haben, könnt euch hier ein bisschen was mitnehmen. Und jeder Karte so 10 Stück und schon mal 4, 5k überteuert anbieten, ne, so empfehle ich euch das ja immer, Freunde. Und wir haben hier noch ein paar neue, interessante Karten bekommen, ähm, beim High Rating hier. 90er Karte haben wir hier in Handanovic für 44k, ähm, den ich persönlich sehr, sehr interessant finde für diesen Preis. Ähm, nehmt euch auch ein paar mit. Auch hier würde ich für 49k anbieten, 49,5. Solltet ihr nichts verkehrt machen, genauso wie den Fonte, 54k, geschenkter Preis für einen 91er. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen, könnt ihr euch gönnen, Freunde, da macht ihr gar nichts verkehrt mit der Karte. Und dann haben wir hier noch bei den 93er Rating, hier den Benzema bekommen. Champions League Karte, den ich auch interessant finde. Ähm, versucht den vielleicht für 75k zu snipen, ähm, und spielt den für 85k an. Also den würde ich für 10k mehr anbieten. Er ist meiner Meinung nach auch eine interessante Karte für eine UV-Liste, ähm, ist jetzt nicht die heftigste Karte. Aber, natürlich, ähm, das Design sieht sehr, sehr nice aus. Und, ja, wenn sie mal, ist eh gehypt. Deswegen nehmt die Karte euch gern ein paar Mal mit für die UV-Liste, Freunde. Da solltet ihr nichts verkehrt machen. Wenn ihr euch auch noch mitnehmen könnt, Freunde, ist der Stones. Ich weiß nicht, wie man jetzt auch mal alle neue Karten hier kommt. Ähm, neue Spieler, glaube ich, hier. Ähm, dann gehen wir mal auf die Spieler. Ja, ja, so kommt man da leider nicht hin. Ich will nämlich alle neue Spieler, ähm, mehr neue Spieler zeigen, die ihr euch mitnehmen könnt. Und ihr seht hier, die sind fast alle Abstoß. Okay, ähm, den Orban natürlich nicht mitnehmen. Unspielbar, Cater nicht mitnehmen. Ähm, den hier könnt ihr mitnehmen, den Stones. Da ist Abstoßpreis, also 16k. Da machst du nichts verkehrt. Den kannst du dir jetzt 20, 30 mal sogar holen. Nein, okay, der Rest lohnt sich gar nicht, woher gekommen ist. Er hier vielleicht noch, ähm, für 15k. Den kann man sich noch mitnehmen. Den gucken wir uns noch an, ob der 80 Pace hat, mindestens 79. Sieht okay aus. Der sieht okay aus. Den kann man sich mitnehmen für die UV-Liste. Ähm, packt euch ein. Macht ihr 2, 3k mehr drauf. 17,5, 18,5. Dann sollte die Karte auf jeden Fall auch gut klargehen. Primatic, ähm, und 80 Pace fast. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch gönnen für die UV-Liste, Freunde. Ich hoffe, es hat euch heute mit dem heutigen Video gefallen, Freunde. Wenn ihr natürlich zu was fragt, schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Wenn ihr auch so viele Coins machen wollt, wie ich, Freunde, ganz einfach, lasst ein Abo da. Gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis die Tage. Ciao, ciao. Bis die Tage. Vielen Dank.